Was geht ab, Mann? Ich bin zu eurer Freund O. Ihr kennt mich bestimmt aus der Serie, jetzt frage ich, aus dem vegetarischen Magazin. Stopp, 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 stopp. Das meint doch nicht gerade ernst, oder? Geh mal ein bisschen mehr Gas, ein bisschen mehr. Okay. Was geht ab, Leute, Mann? Ich bin zu eurer Freund O. Ihr kennt mich bestimmt aus der Serie, jetzt frage ich, aus dem Märchen Hänsel und Grete. Und ich bin der Typ, der mit der heißen Schnitte Kokos machen kann. Langweilig. Erstens, du hörst dich echt beschadet an. Zweitens, Kokos garantiert immer deine Freundin, sie ist deine Ex-Freundin. Und drittens, langweilig. Nochmal. Was geht ab, Leute, Mann? Ich bin zu eurer Freund O. Ihr kennt mich bestimmt aus der Serie, jetzt frage ich. Dann kennt ihr mich bestimmt noch aus dem Film Spider-Man. Und ich bin einfach der coolste Typ, den es auf dieser Welt gibt. So wird das nichts. Leute, wenn ihr eine richtig coole Idee habt und im Gegensatz zu mir mal gerne mit Profis zusammenarbeiten würdet, dann macht doch einfach bei einem Filmwettbewerb von Du hast die Macht mit. Denn ganz ehrlich, nur eure Idee zählt.